Lass kurz spielen, okay? Ah, also ja. Okay, um den Nootjob, ne? Eins, zwei, drei. Ja, ey. Kannst du mal aufhören? Alles in den Mitteln. Wir kommen zu Fortnite. Zusammen mit Gustav mit F. Hallo, ich bin's. Und heute machen wir die Schere-Stein-Papier-Challenge. Die Aufnahme ist entstanden, als ich bei Gustav mit im Stream dabei war. Danke nochmal, Gustav, dass ich mitmachen durfte. Und wundert euch nicht, wenn ihr ein paar Stimmen im Hintergrund hört. Das liegt daran, dass Gustav auf einer Messe war und er von da aus gestreamt hat. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, lasst uns anfangen mit dem Video. Und ja, Leute, zu der Channel. Wir dürfen keine Waffen ab der Stufe episch nehmen oder höher. Also Waffen, die lila sind. Wir dürfen auch keine Lootwops oder Kisten öffnen, außer wir machen Schere-Stein-Papier drum. Der Gewinner darf die Waffe nehmen oder die Kiste öffnen. Und ja, so einfach ist es. Waffen mit Stufe blau oder niedriger, die dürfen wir einfach so nehmen. Und ja, ich würde sagen, lasst uns einfach weitermachen mit dem Video. Ich fliege ja wirklich zu der Kiste übrigens. Weiter weg. Achso, ah, nein, ich darf die Kiste nicht öffnen. Warte, 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 wir machen Schere-Stein-Papier auf Distanz, okay? Ich sag dir, was ich jetzt habe und du sagst was. Ja, okay, okay. Eins, zwei, drei. Schere. Schere. Nein! Eins, zwei, drei. Papier. Stein. Papier. Ja, okay, dann tschüss. Ich hab das Ding auch für dich öffnen. Du, ich hab das mit Zeit, Mensch. Ja, ich merk das. Okay, das ist irgendwie lustig. Das macht das Channel echt lustig. Gefällt mir. Kiste, ich komme. Ich stehe alleine an den Truhen und sei einfach so, nö. Dann halt nicht. Echt. Ich hab jetzt eine Haus jetzt nicht genutzt, das blaue, ne? Okay, ja, können wir dann zurückgehen. Aber bei mir war aber keine Kiste da. Ach, hier ist eine lila Waffe, darf ich auch nicht mitnehmen. Aber 72 hinten waren welche, hab ich drauf gesehen. 72? Wow. Nice. Was denn? Hat es sich gelohnt? Der MP, ja. Nicht mal. Oh, ich hab auch einen in Weiß. Hast du überhaupt nicht einen in Weiß? Ja. Oh mein Gott. Na, die kommen hier schon zu mir. Okay, bin bereit. Kannst du zu mir kommen einfach? Komm mal. Dann können wir die vernichten. Oh nein. Wo wieder hin? Als ob er das überlebt hat. Nein, hast du ja nicht. Ach so. Ja, bitte. Das ist so eine Pappnase gewesen gerade. Hier eine blaue AR für dich, ne? Okay. Hast du was Lied in uns mit? Nein. Okay. Ah, hier ist die Dings, ne? Bin bereit. Genau. Eins, zwei, drei. Ey. Im Südosten ist was gebaut. Das? Hm, sehe ich. Das eine Haus war immer noch nicht gelootet von mir. Du wirst es niemals looten dürfen. Nein. Nein. Ich wohne nicht in Leipzig, nein, ich wohne in Halle. Oh Gott, oh Gott. Der hat auf mich gespielt. Wo war das? Der hat beim Gebauten. Ach, echt? Ja. War eigentlich nett von dir. Oi, 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 hallo. Hey. Das war so Kill-Clown, ne? Nein, du hast vor mir gebaut. Hedgehog. Ich zieh dir so viel ab. Ihr beide einfach lächerlich. Also den gut, den zweiten kann ich noch einigermaßen verstehen. Dafür darfst du die Sniper haben. Ja. Okay, krass, Alter. Wir sind am Arsch der Welt und es läuft, ne? Au, der hat mich getroffen. Hm. Ja, also da müssen wir auch mal mit drüber reden. Das ist nicht okay von dem. Ja. Du, der hier die ganze Zeit Schaden nimmt. Ich habe alle Kills geklaut. Oh mein Gott. Okay, er bewegt sich nicht. Ich habe 345 Holz. Brauchst du was? Ja, ein bisschen gleich. Aber ich würde gerne hinfliegen. Aber meinstreich kann es so pushen. Ich habe noch ein Puls, vier Stück. Okay, ach, vier Stück noch. Ja, aber ich habe nur kein Leben. Deswegen wäre es cool, wenn du mitkommst ein bisschen. Ich komme natürlich. Ich habe auch genug Schoß, also ich könnte schon Druck machen. Er hat genau über meinen Kopf gebaut. Er ist da hinten runter. Hinten runter. Wo ist der jetzt? Genau hier drin bei mir. Ich kriege sie einfach alle ab, ne? Oh mein Gott. Können wir jetzt das Haus looten? Ja, in die Zone, kommt! Ja! Chaos! So geil, Mann. Das ist eine super Runde. Gefällt mir super. Oh Mann. Das ist einfach die beste Runde jemals, ne? Oh mein Gott. Das ist Mobbing. Ich habe Spaß, also ich weiß nicht, was für ein Problem ist. Oh Mann. Ich will es reinschaffen. Drei, zwei, eins. Nein, das ist doch gut, so. Dann hast du mehr Leben. Ja, das stimmt. Ich bin drin. Ich glaube, 210 könnten ein paar sein, weil da liegt überall loot rum. Das ist doch echt auf jeden Fall. Da gibt es ein Medikit. Ich will es kurz... Oh. Bei denen? Oder was? Ach, da. Okay, ich sehe es. Ja, der schießt immer noch da. Das ist irgendwie ein Einzelner. Das könnte sein. Durch das natürlich ein Kampf. Kannst du den bitte anschießen, damit ich ihn finishen kann? Ja, ich schieße ihn gleich mit Sniper ab. Dann kannst du ihn finishen. Okay, nice. Ey, ist recht voll cool. Aber nicht in den Kopf, ne? Das geht nicht. Ne, ne. Ich schieße ihn so in den Zehennagel. Okay, okay. Cool. Ich habe es einfach mal abgebaut, mal sehen. Da waren wirklich zwei Leute drin. Doppelkill. Das gibt es doch nicht. Warum machen Leute das? Hä? Das, nein. Das kann nicht dein Ernst sein. Das war ein Handyspieler. Nein, das war, das hat nichts mit Handy zu tun, dass man einfach hochbaut und dort wartet. Was? Glaub das gar nicht, ne? So weit läuft es mal. Kommen wir hier kurz auf und warten auf den einen. Ja, können wir machen. Weil der macht mir Angst, der hat eine Raketenwerfer, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Ich sehe ihn rechts. Getroffen. Jawohl. Oh nein, du Arsch! Hier, 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 wow! Er holt sich den Kill, Mann. Jetzt habe ich auch meinen ersten Kill und du hast sechs. Ja, ich habe meinen Kill. Guck mal kurz, ob er was zum Heilen hat. Dann würde ich da reinrennen. Ich könnte reinlaufen, ich habe noch ein Medikit. Schwierig, dein Papier kurz machen, okay? Um was? Äh, ist geil, erst mal. Okay, eins, zwei, drei. Stein. Papier, meine Güte, okay. Sorry, Bro, kannst du nicht haben. Ich nehme einfach das Material erst mal. Okay, okay, okay. In den Mini. Ich glaube, der ist jetzt so... Mann! So, darfst du das ab? Nein, fech. Das ist richtig geil, Mann. Das ist nur ein Raketenwerfer, ne? Das ist gar ein Raketenwerfer. Ich möchte jetzt einfach seine Sachen hier nehmen. Nein, stop it. Oh, Mann, ey. Das ist voll gemein. Ja, ja. Ein schönes Gar. Ich habe jetzt wieder alle Waffen blau. Okay, 210 liegt der Loot von den Leuten oben. Oh, ich warte, ich kann die Material abgeben. Oh, nice, danke. Das brauchst du. Danke fürs Zubauen. Keine Ursache. Hier, nehme mein ganzes Stein. Hab ich. Okay. Er hatte viel, ja. Er hat sich... Also, muss man sagen, ist vielleicht ein guter Spieler gewesen. Bis zu einem gewissen Punkt, er hat sich halt verspielt. Er ist einfach... Er hat sich gedacht, ich werde da jetzt stehen bleiben und gegen die kämpfen. Das kannst du nicht machen. Du warst in der schlechteren Position. Funko, was hat die für Waffen? Und dann bauen sie sich da oben zu? Okay, Justin, Jumppad, warte. Jetzt müssen wir kurz ein bisschen... Jumppad und Granatwerfer, okay. Okay, also erst ums Jumppad. Eins, zwei, drei. Geh meine Hände nicht, Alter. Was hast du? Ja, ich hab hier. Ah, okay, Jumppad ist deins. Granatwerfer, eins, zwei, drei. Oh, eins, zwei, drei. Ey, komm schon. Eins, zwei, drei. Ja, danke. Du darfst einfach alles haben. Ich nehme alles. Mensch, ich gebe dir gleich die Granaten, aber keine Sorge. Warte, nimm mal meine Minis mit. Ich hab noch... Okay. Ja, du kannst sie erst decken. Ja, okay. Ich hab doch einen Granatwerfer genommen. Okay, ich hab die Munition ja wieder da, ne? Einfach nur falls... Ich hab noch zehn Schuss. Zehn Schuss? Ey, ich bin... Also Granatenwerfer ist halt schon geil. Ja, ja. Also ich hab zehn weitere Schuss, ne? Wollen wir... Wollen wir jetzt irgendwie im Osten zu dem Lootrop? Oh, unten ist noch einer. Das könnten zwei und ich nicht hier sein. Im Südosten ist noch einer. Hört auf mich geschossen. Ich geh mir ja trotzdem den Lootrop beholen. Ne, 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 voll an. Erstmal drum spielen, ne? Ach so. Oh, oh, nein! Mhm. Dann bewegt er... Ah, Gustav, ihr! Gustav! Was denn? Was ist los? Das steht genau neben mir. Der ist zu mir hingeflogen. Ach so. Das wusste ich nicht. Oh Gott. Der andere mischt sich die ganze Zeit ein. Der ist jetzt ganz oben. Ich mach weiter Druck. Ich hab ihn noch nicht ein einziges Mal getroffen, ne? Ich hab ihn auf jeden Fall schon sein ganze Shit abgezogen. Okay. Wir sehen halt einfach nicht. Der andere Typ nervt mich so fucking sehr, ne? Kannst du ja gar nicht beschreiben. Komm, gib mir wenigstens ein Kill. Komm. Ich treff den nicht. Meine Waffe will einfach nicht. Danke. Danke. Ist er nur gedownt? Ja, er ist nur gedownt. Oh, was ist das für ein dummes Team? Was ist das? Was machen die denn? Die Scouts lasse ich mal liegen, ne? Sehr klar. Kommst du zum Loot Drop? Ja. Komme. Oh, oh. Ich hab noch insgesamt 31 Schuss. Hast du vielleicht ein paar Verbände? Ich hab ganz knapp überlebt. Das war vielleicht ein bisschen törig, sagst du? Ach. Ja, der Typ hat mich gerade so genervt, ne? Der wollte nicht... Aber ich verstehe auch warum. Weil er seinen Kollegen halt bitte schützen wollte. Lass kurz spielen, okay? Ach, also ja. Okay, um den Loot Drop, ne? Eins, zwei, drei. Ja. Ey. Kannst du mal aufhören, alles zu gewinnen? Das ist ja nicht okay. Let's go. Lass mir Munition abgeben. Ich hab, wie gesagt, 31 Schuss. Danke, deswegen. Mein Loot Drop. Hallo, Loot Drop. So. Die Zone kommt. Fastbar, ne? Wir müssen darum auch spielen, ne? Nein, nein. Und den Radweifer wieder, oder? Nein, nein, nein. Inhalt, Inhalt ist im Begriff. Okay, alles klar. Meins, okay. Das wär's ja Quatsch. Oh, 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 oh. Oh, schon ein bisschen. Noch ein bisschen. Ähm. Ist der noch drin? Ja, oh, der ist dick drin. Der ist in der Mitte drin. Jetzt müssen wir sie treffen. Ja. Oh ja, den hast du kommen. Ja, ja. Oh ja, oh ja. Taro, der hat gefallen. Ich hab ihn einmal getroffen. Er macht noch eins. Yo. Unfassbar. Ja, ich werd ihn nicht übrigen. Ich hab ihn einmal angehitten, der hat doch kein Stil. Attacke. Ja. Attacke. Gustav, das ist mein Kill. Nein, ich hab's vergessen. Hast du nicht verdient. Doch, nein, hab ich Glück. Gustav. Oh, ich hab ihn nochmal angehittet. Lass ihn. Nein. 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 Ich muss nur nachlassen. Nein. Nein. Let's go. Let's go. Oh, mein Gott. Wir haben zwei Runden einfach hinter dander gewonnen. Trotz Challenge. I love it, man. I love it. Badabababa. Badabababa. Nice. Ich hab ja noch Kids bekommen. Also du hast quasi... Ich hab sechs gemacht, dann hab ich alle nicht mehr bekommen. Wie viele hast du jetzt? Ich hatte drei. Du hast die letzten drei bekommen. So frech von dem eigentlich. Und dir noch mehr verfordert. Die Worte, lass einfach einen Daumen nach oben da. Und danke nochmal Gustav, dass ich mitmachen durfte. Leute, ihr wollt ihr noch mehr mit Gustav sehen oder mit anderen YouTuber? Dann schreibt es einfach in meine Kommentare. Und schaut auf jeden Fall bei Gustav vorbei. Der Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung. Oder ihr klickt links auf das Bild drauf. Da könnt ihr auch mich abonnieren. Oder ihr klickt rechts auf das Bild drauf. Da kommt ihr zu meinem letzten Video. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.